Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Titan Quest, ja, länger nicht gespielt, aber wir schauen mal, so, äh, ja, wo kamen wir her, wo müssen wir hin, wir kamen von da, also müssen wir da lang, okay, dann schauen wir mal, geht das wieder, ja, das funktioniert wieder, ja, es gab ja einen neuen DLC, und da war ja, das war ja nicht ganz so toll, ne, weil wir in dem alten Routine rumgewühlt haben, plötzlich gingen ein paar Sachen nicht, die gingen 20 Jahre, also jetzt übertrieben, aber, ne, ja, 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 ich muss auf jeden Fall wegmachen, du bist ein dummes, genau, so, aha, so, guck mal, haben wir noch wieder alles, was besser ist, alles, was gelb ist und besser als gelb, kriegen wir wieder angezeigt, so, so soll es sein, gell, so, dann schauen wir mal, ich weiß jetzt gerade nicht ganz so genau, an welchem Punkt wir hier sind, aber, alles töten, immer gut, da machst du nix falsch, wenn du alles tötest, machst du nix falsch, machst du alles richtig, ach, ich mag keine Schilder, ich mag keine Schilder, ich will keine Schilder, da ist noch einer, hast du dich ja schön, ja, genau, naja, du, genau, du, so, hier machen wir, genau, so, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, hier ist schon wieder eine Brücke, das macht Sinn, was machen wir, die Minutoren hier, bei diesen komischen Typen, ja, wann gehören die denn zusammen, ne, na, ja, das kann man so genau, ne, jetzt muss ich mal hier die fizzierte, trug, truhe gucken, die fizzierte, ja, die ist schön fizziert, genau wie ich gerne hab, fizziert, super fizziert, energietrank, na gut, den nehmen wir auch noch mit, wenn es sein muss, so, ach, guck mal hier, gucke mal, so, und hier ist auch gleich ein Händler, haben wir denn was vergessen, eigentlich nicht, guck mal hier, war super, zu verhandeln, haben wir hier da noch ein paar Sachen, naja, kein Vergleich zu dem Bogen, den wir haben, wiedersehen, wiedersehen, tschüss, mach's gut, komm mal wieder, oh, so, noch ein paar Geiers, immer drauf, tritt die Geiers in die, äh, auf die Federkleider, ja, wo bin ich denn hier, wo bin ich denn hier, hier so ein Wasserding und so, sieht ja schon fast zivilisiert hier aus, ja, da haben wir, die komischen Rahmens, ja, 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 hab ja noch ein Spiel gefunden, jetzt letztens, das ist auch in dieser, in dieser Diablo-Perspektive, ach, wenn ich jetzt mal wüsste, wie er da ist, ist auch ein neues Online-Spiel, müssen wir vielleicht auch mal reingucken, vielleicht, vielleicht, aber ich hab schon mal den Namen vergessen, wie das so ist bei den Opa, ne, ihr kennt das ja, das sind ja, Spielenamen, mein Gott, woher soll ich denn, wie sind wir die Spiele, keine Ahnung, das ist ja so wichtig, nicht, oder, auf das Spiel, egal was, was ist das hier, was ist das hier, der Palast von, oh, das ist nicht sehr einladend, na, oh, Festhalten, diese ganzen Stichttypen, müssen nicht sein, so, guck mal hier, was haben wir denn hier, schreien der Dornen, genau, den Marmor der Mar, weg mit dir, du komischer Gifte, so, brauchen wir hier nicht, so, nehmen wir mal die Gesundheitstrink hier, genau, danke, und haben wir hier noch, nix außer schöne Landschaft, haben wir hier nix, das macht Sinn, und hier, haben wir hier noch, oh, los, wenn du schießt, auch den schießt, es ist los mit dir, wo schießt man hin, hier noch einer da so ist besser wo das gold halt mit danke danke so ja sonst mal hier ein bisschen ballern so ist das hat er keiner der macht aber keinen eindruck auf mich und 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 guck mal so viel gold deswegen steht auch der händler vor der tür damit die direkter zeug wieder abgeben ganz alt und dann immer mit so siehst du mal blöder zaugie weg mit euch ihr zaubertypen hier ja 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 so oder man ja noch mal ja gucken ja dann auch wieder welche hier wohl gold 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 so nehmen wir mal hier hoch ich glaube dadurch kommen wir nämlich hier in europa hinten auch hingekommen wären wir hier hochgegangen wenn du nicht so nicht nicht von zwei seiten da muss ich noch mal hin aber erst mal hier ja guck mal so ist gut so schön so dass ich gerne wunderprächtig danke und hier wäre ich hochgekommen denke ich mal naja wird diese wohl wenn ich hier hochgegangen wäre wäre ich hier hingekommen aber da ich das ja nicht bin bin ich das ja nicht truhe und was da ist da gold sehr schön noch irgendetwas hier irgendwo hier rein irgendetwas vielleicht nein 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 ja auch nicht wunderbar dann gehen wir mal hier runter hier nochmal auch nicht dann gehen wir mal hier runter hier sind metalltypen ja 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 war so klar dass er angekommen ja ja naja ach so stark sind die ja gar nicht da hätte ich mir ja ganz anders vorgestellt er ist beinahe ja ach komm ja 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 hier seid ja gar nichts da hätte ich mir ja beinahe sorgen gemacht aber ist ja gott bist du eigentlich ein gegner anscheinend ich sieht aber toll aus so wenn wir mal jetzt gucken hier lang haben plötzlich noch ein paar andere gegner ich meine es klettert immer noch dabei aber so und noch ein bogen jawohl ein gefecht level ab so ja alles fertig jawohl ja noch mal ein stück zurück so dann machen wir mal hier geschicklichkeit wer hätte gedacht so und dann war ja z z z sagen wir mal es ist ja ganz gut sagen wir mal dann haben wir hier kunst der jagd und haben wir hier schützenkönig denken wir wollen aber wir können auch hier zwei hier machen wir einfach mal drei hier hoch da bringen auf jeden fall stärke ungeschicklichkeit und lebenspunkte super das machen wir müssen eh ganz nach oben und genauso hier müssen wir ganz nach oben also von daher so wunderprächtig schauen wir mal weiter da man hier noch ein ring einen ring mit schleifen ein gefechtsbogen da haben wir noch ein paar metallläufer wie soll ich denn hier den dingens den dornen und ich nehme mal mit schaden kann der nicht guck mal hier guck mal hier hier stehen auch noch ein paar rum so schießen weg der kann da nix gut kleinen trank zwischendurch und schon geht es weiter uuuh na siehst du so und haben wir hier gold gold und ein ring und gold gold und ein ring und gold das ist immer gut hier haben wir da so ein paar metallköpfe ups da schon ein meister wieder tschüss meister meister proper dann mein hundinruh hier ein paar nasentyp hier das fehlt mir noch hier soo hier geht es nicht weiter aber da stehen noch ein paar guck mal die laufen erst los wenn einer schon zerlegt das ist schon mal ziemlich gut und er sieht zwar ziemlich imposant aus hier ach der ist hier abgebrochen der rest liegt hier unten hier liegt der kopp und guck an hier geht es wieder hoch echt kommen wir hin hör hai ja 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 eine verzierte truhe der kurde mainz mal rein und gold kannst du gold gold immer gut immer gold immer gut immer viel gold viel gut erst mal weiter hoch gehen hier war doch eine treppe oder nicht hat hier nie noch hoch und wenn ich anscheinend nicht da oben ist aber was hier geht's hoch ja 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 blöder vogel weg ich hasse dich als giftvogel ja 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 so nicht so geht das nicht nein nein und du dass mein hund in verdammt haben den immer mit mein hund mit dir haben wir ja alles gesunder trank sehr schön und ein gefiederdingen ein krankes kranke gefiederdingen naja naja guck mal hier mein weg jawohl mein gott immer mit ihrer raketen ding aus hier kam her so ich weiß gar nicht hatte ich hatte ich immer musik bei laufen irgendwie haben ich das vergessen oder habe ich hier nie musik bei gehabt als hat weiß ich noch dann weiß ich will mir dann im meer tja ja ja was solltest du machen oder die über viele meister meister prober da muss schon mal ein ja wenn ihr so kommt so nach und nach da kann ich gut umgehen hier der nächste ja auch jetzt und der starke ja 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 avis ja gar nicht der diesen bländer so stark ist den person verlierst du den ich gar nichts Typ. Hast einen Stern um den Kopf und verlierst du überhaupt nichts? Echt, ey. Immer diese Mech-Baurier-Dinger da. Ah. Immer diese Mech-Typen. Battle-Tech-Mech. Oh, da steht irgendwas rechts. Seht ihr da? Diesen großen Beinen? Ich hoffe mal, dass das nur eine Statue ist. Wo ist mein Hund? Ah, da. Ah. Das ist bestimmt nicht nur eine Statue. Der wird gleich wieder loslegen. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Oder? Ich glaube, wir haben alles hier, ne? Ja. Ich glaube, wir haben alles. Das ist ja doch nur eine Statue. Gott sei Dank. Bleib mal schön da, du. Komischer Typ. Wir gehen jetzt hier rein. Ach, das ist der Hof. Genau. Aber wahrscheinlich kommen so große noch. Minolisches Labyrinth. Ja, ja. Ah, da sind noch mehr von diesen Automatenkriegern. Ja, ja. Und wieder ein Meister. Aber die verlieren nix, ne? Wir geben kein Loot. Die Typen. Kampfmarkierung. Das ist gut. Wofür? Für die zwei hier? Echt? So. Komm mal. Ja, da wollen wir schon mal ein bisschen freischießen hier, wenn hier Kampfmarkierung ist. Ja, hier. Bitteschön. Nimm den. So. Hier noch mehr. Ah, guck mal hier. Bitteschön. Bitte sehr. Hier ist ja gar nichts. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Die Krüge kann man auch nicht kaputt machen. Unzerstörbare Tonkrüge. Das sind die unzerstörbaren Tonkrüge der Schauling. So ist das. Er kommt bestimmt nachher irgendwo ein großer Boss. Ich bin mir ziemlich sicher. Da gibt es gleich irgendeinen Raum und da denkst du nichts Böses, dann machst du ja auch und dann bist du voll am Arsch. Also mal auf. So wird das kommen. Eieieieiei. Ich hätte nochmal raus den Loot abgeben sollen. Aber, ne? Ich glaube, ich kann ja nochmal raus. Da geht es woanders hin. Dann lass uns erst hier oben alles clearen. Ne? Wo wir hier zum Beispiel. Wir wollen ja, ne? Wir haben ja gesagt, wir machen alles weg, was wir sehen. Hatten wir doch noch mehr. Also ich hätte das gesagt. Ich meine ihr auch. Aber ich hätte das auf jeden Fall gesehen. Und ich meine, ihr hättet auch gesagt, ja genau. Mein Gott, erster Loot von so einem Metalltyp. Na guck mal. Na guck mal. Und ihr sagt, da kommt nix. Da kommt doch jede Menge. Guck mal her. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal so denn hier. Guck mal so denn hier. Guck mal so. Aber nicht so ein Metalltyp. Guck mal so. Ja, 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 ja. Schieß mal. Schieß dir mal. Macht mal, macht mal, Freunde. So. Ich glaube, jetzt haben wir die Etage fertig, oder? Was sagt die Map? Die Map sagt, wir haben die Etage fertig. So, jetzt gehen wir weiter. Ich glaube, ich glaube, da kommt am Ende noch das dicke Ende. So, wie ich das sehe, gehen wir nämlich jetzt nicht raus, sondern einfach nur eine Etage tiefer. Und dann wird es immer übler. Oder ist es hier schon übler? Brunnen der Wiedergeburt. Ach du, was? Hier sind Dingenssteine, Wiedergeburtssteine. Und dann schattet ihr doch noch etwas größer, aber schöne Wiedergeburtssteine, ne? Oder mehr? Lass uns mal ranzcrollen. Wow, selber kann man denn so nah ranzcrollen? Da ist ja mal ganz was Neues. Aber da habe ich ja noch nie gesehen, dass man so nah ranzcrollen kann. Hammer! Guck mal. Das ist eine Neuerung wahrscheinlich mit dem DLC gekommen. Jetzt auch für alle anderen. Sehr schön. Aber man ist trotzdem mal so hier im Labyrinth. Machen wir vielleicht doch mal so. Ach, hier sind wir diese Schweinehunde. Die immer eigentlich paarweise auftreten. Nee, ein Labyrinth. Ich bin nur so orientierungslos. Und ich habe gar kein Handy dabei. Da. Na, hier sind drei und näher, dann passt es ja. Der eine von vorhin und die anderen auch noch. Passt. Passt super. Oh, hier kommt man in den neuen Bereich. Ja, 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 ja. Das wird ja sehr viel größer als ich dachte. Ey. Doofkopf. Ey. Doofkopf. Das ist ja sehr freundlich. Aber der Hund ist schön geworden. Aber die guckt ja gar nicht so freundlich. Nicht wirklich. Naja. Man kann die alles haben. Die muss ja auch nur kämpfen. Die muss ja nicht nett gucken. Die muss ja nur nett kämpfen. So. Dann gehen wir mal hier weiter. In den Labyrinth. Oh, oh. Das sind so Spinnendamen. Jetzt hau doch nicht ab. Na, ehrlich doch. Schon haut's ab. Komm, schmeiß ich mal ein, zwei Pfeile. Schon ist weg. So. Einfache Truhe. Wo bist denn du? Ah. Da war ein blaues. Der Hund hat den gekillt und da war was blaues. Wie oft merkt man das nicht und rennt weg. Ja, unglaublich. Eiswind. Was ist das denn? Ein Bogen. Tatsächlich. Ein Bogen. Ein Bogen. 21 Kälteschaden, 20 Frostbrandschaden, Kälteschaden, Giftschaden hat der, langsameres Laufen, Kältewiderstand. Und der ist, der ist nicht schlecht, also, wenn ich mal so sagen darf. Der ist aber auch nicht schlecht, der Bogen. Den könnte man glatt mal ein paar Tage festhalten. Wo kommt man hier hin? Wo kommt man hier hin? Wo ist das denn? Hey, da haut der schon was. Dann nehmen wir natürlich mit. Keine Frage. hallo meister trinken eine böse königin dabei aber nicht stark nicht stark haben wir doch alles gut in eine kontrolle hier hier noch ein paar metalltypen wir würden ja gerne mal den anderen bogen anlegen soll ich mal machen wo ist er denn gerne haben hier veteran da können wir die noch mal reintun dann schießen wir mal mit denen hat das gesundheitstrank hoch wäre mir doch fast durch die lappen gegangen und hier noch immer hier in der ecke versteckt so weiter oder mein hund muss mein hund und kommen wir haben die meinen hund getötet ja das gibt es ja wohl nicht so was wie unzulässiges satten wo bin ich hier hilfe aber du bist schon tot sehr schön da freue ich mich da da sind wir welche schauen wir mal der bogen ist deutlich schwächer der bogen ist deutlich schwächer ich weiß nicht wie ich hier die bogen wechseln kann mit der taste volle volle pulle gift hier so nicht wo sind meine pulle auf einmal die pulle raus gibt es ja wohl nicht doch noch mal den wieder um besser der bogen ist deutlich stärker guckte man die runde gehen damit nennen also der eisbogen ist ja ganz nett irgendwo wahrscheinlich aber auf anderen seite nicht mal hier weiter schon glaube ich sieht man nicht je weiter schon komm schon hier soll noch was hier geht doch noch was da guck mal da ja das ist der gift ist einfach super die tickern so weg gibt mir was so viel noch mehr kannst du nicht tragen warum nicht machen und schild wer will denn schon schild tragen keine wild hat und mein hund ist auch wieder weg ja du lebensfresser dämon typ du ja wohl ich weiß ja nicht wie weit ich hier noch muss ne aber so halt nehmen wir damit jawohl danke vielen dank treffe ich den ja alles gut wir treffen nach und rennt oder nicht rein das ist total blöd wenn du da einfach rein rennt da macht er überhaupt keinen sinn wo wir noch mehr davon doch wie mehr davon hier sind noch eine menge und hier noch eine menge davon weg machen da steht der hund im weg das ist ja super sooo dann schauen wir mal ja wohl den kriegen wir wunderbar weg 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 gesagt ja 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 ihr lebensfresser typ weg in euch ihr seid doch wohl ne ihr seid doch wohl mal so ich würde sagen ich wollte mal weg hier und noch mal ein bisschen meine taschen wieder leer könnte man noch mal machen oder könnte man aber machen guck mal jetzt habe ich die wieder drin auch mal doch recht das obwohl ich nichts gemacht habe ach das war weil ich hier die waffe geändert habe bestimmt pass mal auf guck mal guck mal guck mal da guck mal da guck mal sag ich weil ich hier die waffe geändert habe deswegen war die auch so schwach so oh da versuchen wir die ja doch noch mal dann laufen wir noch mal einen meter dann versuchen wir die waffe doch noch mal bevor rapporten dann bin ich ja doch noch mal gucken da fehlt ja der ganze der ganze drift von dingens fehlte daher ja guck mal guck mal guck mal guck mal doch nicht so schlecht wenn ich da jetzt noch dingens gift drauf machen würde ich meine ist ja auch nicht schlecht voll langsam ist auch nicht übel bei anderen seite ist glaube ich der andere deutlich besser geht weg die welt dass die ruhe ihr seid doof haut ab haut ab geht weg ich mag euch die scheiße weg mit ihr lebensfresser was wohl nicht alle näher an die anderen sind doch stärker also das gesehen wie gefährlich das war ja immer ein trug trunken ja der schon gerade ist deutlich gefährlicher doch doch wir bleiben bei dem auf jeden fall bleiben über mein hund ist auch schon wieder weg da hat man ja gesehen wohin als die mit den sternen über den kopf die ja wirklich stark sind wie die gefallen sind also habt ihr auch gesehen oder ich kann mein hund noch nicht rufen dann nehme ich eben die gold mit habt ihr jetzt auch mal lassen weg mit euch pack die sind meine tun meine schätze da kenne ich nichts bei schätzen hier wo man jetzt noch einer ganz gut versteckte typ ja gott 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 ich kann ja nichts davon mitnehmen ich sehe doch schon schützender ringen geschmackdose bei mehr kannst du nicht tragen ja 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 schon verstanden überstand so machen da ist ja war ein wechsel mit ww war ein wechsel weil er einfach oder klar ja port port irgendwo wo stadt ist ne athen war glaube ich schon stadt oder ich denke schon ich denke athen war stadt also heute ist es jedenfalls stadt heutzutage und und ja 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 und hilfos hier wieder gar nicht hin ich will nicht kämpfen ich will hier mein zeug loswerden und wo sind hier mein händler händler ist beiseite hier mal hier ist der porto da hier lang hier lang da lang irgendwo hier kommen ja die code man ja ich habe die besten waren ja 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 schon ja schon klar so kommen der ist eigentlich auch nicht schlecht aber der ist schlecht aber eigentlich ist ja auch nicht schlecht der ist schlecht und schwer brauchen wir auch nicht und das brauchen wir auch nicht und das nicht das nicht so jetzt mal gucken weil da mal denn hier ausgerüstet 27 fluss 5 geschick verteidigung aller verringerung aller anforderungen soweit ist natürlich immer fein deswegen machen wir dann noch weg so ausrüstung befehls harnisch damit geschmückter arm schutz der lichtung und haben wir hier gorgonen stuhl recht jetzt gesundheitsregeneration 15 prozent wahrscheinlichkeit für 9 bis 30 durchschlagsvergeltung das ist natürlich nicht so schlecht ne 2,5 gesundheitsregeneration pro sekunde 53 prozent gesundheitsregeneration ist natürlich auch gut aber ich würde ihn gerne mal ausprobieren die tun wir mal dahin was haben wir hier mit ringe 13 geschicklichkeit ist ja schon mal super bonus für begleiter und dort haben wir hier physischer widerstand durchschlag widerstand kälte widerstand leben verteidigungsqualität kälte widerstand weg feuer widerstand intelligenz wer braucht denn intelligenz kein mensch kälte widerstand und leben dann kannst du denn nichts widerstand und 7 stärke ja stärke ist immer so eine sache stärke braucht man manchmal ne feuer widerstand blitz widerstand kälte widerstand fünf stärke weg damit wir haben wir hier schon 7 widerstand gegen die staatsgewalt sieben stärke den alten auf ist so eine mauer die noch ein bisschen hier hin so und dennoch da sind diese mächtig teile die sind nämlich mächtig wichtig bis dann ja bis dann so dann hier oder zurück dann gehen wir wieder zurück genau so und dann ja ach so mein gott ist ja schon wieder so weit ihr lieben ich freue mich dass ihr dabei wart und ich hoffe ihr seid noch nicht zum wieder dabei bei title quest macht's gut bis dann euer opa helmi tschüss